Fandengong, erste Hauptübung. First Main Practice. Zwei Drachen steigen aus dem Meer. Two Dragons breathe from the sea. Die erste Position. Den Ball halten. Halten Sie den Ball für fünf Minuten. Jetzt zeige ich nur eine Minute. Wenn Sie üben, fünf Minuten den Ball halten. I will show here just one minute. If you train, hold the ball for five minutes before you continue the exercise. Die Knie sind leicht angewinkelt und locker nicht durchgestreckt. Also fünf Minuten, five minutes. Dann wechseln Sie in den Bauchbehüten. Den Bauchbehüten tun Sie für eine Minute. Eine Minute den Bauchbehüten. Hands protect the stomach. One Minute. Here I will show a shorter time. If you train, one minute. After one minute, you go to Hände vor Chimen. Hände vor Chimen. Hände vor Chimen halten Sie eine Minute. Hände vor Chimen. One Minute. One Minute. This Position. One Minute. One Minute. Then change into Hand for Hand. Kehlgrube. For just 30 seconds. I will show here a shorter time. 30 Sekunden. Ich zeige hier eine kürzere Zeit. Dann kommt Hände über Scheibelpunkt. This Position for 30 seconds. You have to train with a big clock, with a big watch. Üben Sie mit einer großen Uhr. 30 Sekunden die Hände über den Scheibelpunkt. Dann langsam senken. Zurück gehen. Slowly down. Back to Hände for Chimen. Hands in front of Chimen. Again. One Minute. Train with a clock, train with a watch. And hold this position for one minute. Then werden die Hände nach außen gedreht. nach außen gedrückt. Going to this position for 30 seconds. 30 seconds this position. Die Hände wenden und zurück für die Hände nach außen gedreht. 1 Minute. Hände vor Chimen. 1 Minute. Hände vor Chimen. 1 Minute. Hände vor Chimen. Hands protect the stomach. Den Bauch behüten. Für eine Minute den Bauch behüten. Benutzen Sie diese Position zum Wechseln. Use this position as a turnover. After this, you start new with a repetition. Hiernach wechseln Sie zur Wiederholung. Eine Minute den Bauch behüten. Und jetzt beginnt der zweite Durchgang. Hände vor Chimen. Eine Minute. Dann Hand vor Hand vor Kehlgruben. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Die Hände über den Scheitelpunkt. 30 Sekunden. Die Hände über den Scheitelpunkt. Senken. Langsam. Slowly sink down. Hände vor Chimen. Eine Minute. Eine Minute. Hände in front of Chimen. Ausdrücken. 30 Sekunden dieser Position. 30 Sekunden. Diese Position. Wenden. Wenden. Zurück. Eine Minute. Hände vor Chimen. Eine Minute. Hände in front of Chimen. Die Bauch behüten. Die Bauch behüten. Hände vor Chimen. Die Bauch behüten. Hände. Wir machen jetzt den Abschluss. Der Abschluss, den Bauch behüten, ist der Wechselposition. To protect the stomach is the turn around position. Eine Minute den Bauch behüten. One minute protect the stomach. Eine Minute die Hände über den Boden. One minute the hands over the ground. Ausatmen. Exhale. Inhale. Einatmen. Zusammenführen. Öffnen. Durch den Mund ausatmen. Und Hände berühren sich. Bauch wird berührt. Hands touch each other. Stomach is touched. And stand one minute with closed eyes. Stehen Sie noch eine Minute mit geschlossenen Augen. Gut. Ich habe zwei Wiederholungen gezeigt. Wenn Sie üben, machen Sie vier Wiederholungen. Und machen Sie das 14 Tage lang. Täglich einmal. Das sind gute 30 Minuten. Und dann beginnen Sie mit der zweiten Hauptübung. Gehen Sie mit vier Repetitionen. Gehen Sie mit vier Repetitionen. Every day. Gehen Sie es für 14 Tage lang. Das wird Ihnen für eine Stunde dauern. Around 31 Minuten. Nach 14 Tage lang. Gehen Sie mit der zweiten Übersetzung. Gehen Sie mit der zweiten Übersetzung. Gehen Sie mit der zweiten Übersetzung. All 필요一些. Gehen Sie mit dieses Regierungsmakers. Gehen Sie mit